Hey ho liebe Minecraft Freunde und herzlich willkommen zu oben. Äh was, achte Folge glaube ich schon. Oder neunte? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube achte. Ja auf jeden Fall zu der achten oder neunten Folge Minecraft Let's Play Together. Oh mein Gott. Wieder mit meinem Bruder. Hallo. Der hier immer am Start ist. Ähm ja ich werde vielleicht mal ein Let's Play Together mit anderen Leuten auch starten. Mal schauen wie das bei euch ankommt. Ihr habt da auch schon jemanden im Visier. Aber ja es wird sich die Tage dann aber zeigen. Ja ich muss jetzt definitiv jetzt gleich mal wieder raus aus dem Nether ne. Wieso? Es, es, ja es ruckelt übelst. Okay. Ja ich bleib hier noch ein bisschen. Ich schau mal ob ich in die Netherfestung reinkomme. Ja, kann man die Teile nicht auch abhacken hier. Ja ich, ich hacke das ja gerade ab. Ich schau ob ich irgendwie reinkomme. Okay. Grabe ich hier nur durch. Okay. Grabe ich mich hier noch. Ja, was ist denn so speziell an der Netherfestung? Ja keine Ahnung halt. Kann man da Spezielles kriegen? Hier ist ne Kiste. Oh, drei Diamanten. Ja ich weiß. Du findest hier Diamanten. Und jetzt ist es gut, jetzt können wir einen Zaubertisch machen. Ja sind sie so geil. Und wenn wir Glück haben und Glück drauf bekommen. Wir haben einen Sattel. Sogar drei. What the fuck shit? Wir müssen aber schauen, dass wir nicht so verrecken wie bei Varro, der Gomme. Da musst du auch. Da, es kommt manchmal so ein Wither, der ist wirklich stark. Und ja, da musst du wirklich aufpassen. Brauchen wir solche Netherwarzen? Netherwarzen, die kannst du verwenden. Halt, die kannst du mitnehmen. Für was sind die gut? Ja für Tränkebrauen und so. Ich würde sie einfach mal mitnehmen. Die kannst du ja dann vermehren. Okay. Ich brauche einen Lohenstab. Bitte. Okay, ich habe drei Gold, vier Eisen. Krieg ich glaube ich gerade. Der Interest ist, können wir auch hier im Nether so ne Levelstation machen. Hier gibt es ja auch so Spawner. Warte mal. Ja. Auf jeden Fall ist es eigentlich ziemlich gut. Dann können wir hier so ein bisschen leveln. Okay, aber ich nehme hier gerade mal die Kisten mit. Oh man, ich brenne. Ich brenne. Dann löscht dich. Oh mein Gott, Wither. Oh. Scheiße. Was? Ich mache hier. Oh mein Gott, ich muss raus. Sorry, Alter. War richtig nübisch, aber. Alter, du nur. Was ist das hier? Alter, du weißt schon, dass ich jetzt verrecken werde, ne? Wenn ich jetzt reinscheune. Ja, dann lass mal die Folge aus. Oder vielleicht. Was ist das? Da ist so ein komisches Skelett mit. Ja, das ist Wither, Wither. Pass auf, Alter. Das ist richtig stark. Doch da ist es Gomme gestorben. Okay. Alter, es leckt. What the fuck? Lock dich aus, bevor du stirbst. Ja, ich zünde den jetzt an. Du musst den schlagen, der hält nicht viel aus. Aber er macht richtig viel Damage. Ja, ich zünde den jetzt an. Ich zünde den jetzt rein. Ich zünde den jetzt rein und renn. Und renn. Und renn. Und renn. Oh mein Gott, da ist noch mein Wither. Oh fuck. Oh fuck. Was geht hier ab, Alter? Oh mein Gott. Wither. Wither verfolgt mich, Alter. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Okay, ich habe gar nichts. What the hell? Und es leckt ein bisschen, Leute. Ja, das ist bei mir auch so. Ja, ich kann es nicht. Okay, ich muss aufpassen, dass es hinter mir oder irgendwo so. Wenn der dich pflegt, dann siehst du gar nichts. Nee, du siehst es schon. Nur dein... Oh mein Gott, Wither, 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 Wither. So viele. Du weißt, ich werde sterben, ne? Ja, lass uns rausgehen, Alter. Oh, Alter, ein halbes Herz. Aber wenn, sobald ich rein scheine, ne? Alter, was ist das hier? Das ist so ein Ding, Alter. Gast. Nee. Alter, ich werde zu... Ich werde zu rausgeleitet. Na, das hier ist so ein Dings. Was? Ich weiß auch nicht, was das ist. Von Spawner. Warte mal, hier sind zwei Gast, Alter. Du meinst so ein Ding, das Feuerbälle spuckt? Äh... Ja, das ist so ein Viech, das... Das kreist die eigenen... eigenen Arme, ja, das spuckt Feuer. Ja, das ist, ähm... Von dem, wo kommt die Lohnsterbe. Soll ich einfach mal reinscheunen und hoffen? Und, ähm, ich, ich, der Stark soll den killen. Bringt der uns was. Ja, im Lohnsterbe ab, die sind nicht so wichtig. Bitte verreck ich mich nicht, wenn ich reinkomme, bitte nicht. Ja, dann komm nicht rein. All the fuck. Zu spüren. Ich komm einfach rein, ich weiß, wo ich hin muss. Ja, aber, lass uns rausgehen, Alter. Oder... Nicht, dass die uns jetzt das, ähm, Portal zerstören. Geht das? Ja, das geht. Und was, was ist dann? Äh, dann sind wir entweder in der Hölle gefangen, oder? Alter, ich glaube mich jetzt einfach kurz ein. Stell einfach mal bitte kurz die Zolle aus, man bitte. Ne, das war jetzt in diesem Moment echt nubig. Ich weiß, aber wenn ich jetzt rein schaue, dann bin ich schon. Ja, da... Egal, ich mach's einfach. Na, ne, ja, hast du was Wichtiges? Alter, ich, ich weiß nicht, soll ich's riskieren, Alter? Ich, ich mach's jetzt einfach, ne? Ich mach's jetzt einfach. Wenn ich sterbe, ich weiß, wo ich gestorben bin. YOLO. Ich bin drauf. Mach das. Ich warte hier. Oh mein Gott, überlebt, man. Und wie viel Leben? Nicht viel, ich, deswegen, ich muss mich direkt... Ja, friss was. Oh mein Gott! Grab dich ein! Grab dich ein! Grab dich ein! Ich geh jetzt raus, ich jetzt. Ich, ich verlasse den Nether jetzt. Komm mal her. Schnell, schnell, schnell. Schnell! Oh mein Gott, fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Okay, das ist so nicht kaputt. Ja, das ist noch nicht kaputt. Brenne. Ach, das sind zwei... Komm mal hier ja, du hast ein Boben, ne? Ja, aber ich... Ich hab hier... Du musst die zwei Killen, dann können wir das Nether verlassen. Ja, aber ich hab nicht mal so viele Pfeile. Ja, dann heb sie die auf. Ich hab... Ich hab auch keine Pfeile. Alter, kann ich die schlagen? Oh, hier sind schon drei, Alter. Du kannst die Dinge abwehren. Was soll nicht behindern? Das, was ich schießen kannst du abwehren. Das ist das hier. Was geht hier ab? Was geht los da rein? Was geht los da rein? Ja, das ist nicht. Okay, okay. Wie wäre die ab? So, zu sehen wir dann nicht so, oder wie? Na, die noch vorher ist die Kugel wieder zurück. Echt? Alter, du musst... Die Kugel schlagen... Du musst die Kugel schlagen. Die schlagen. So abwehren. Ja, warte. Rechte Maustausch, ey. Alter, was geht los da rein? Das ist so heftig, ey. Okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oh mein Gott. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst. Warte, einer ist gleich tot. Was soll das hier? Alter. Ach, wir müssen unbedingt zurück. Unbedingt. Alles blendet hier. Einer ist kaputt, einer ist kaputt. Oh, hier sind 50, ey. Ich kann auch nicht mehr. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab halbes Herz. Halbes Herz. Alter, grad dich, grad dich, grad dich. Grad dich vor. Alter. Ich muss was gut. Bleiben wir mal. Level 22? Huh, huh. Huka. Uga, Uga, Uga. Hallo. So, ähm. Nicht schlagen, ne? Ich hab nur ein Herz. Okay, okay. Wie viel... Wie viele Pfeile hast du noch? Gar keine. Gar keine? Alle weg. Okay, okay. Wie sollen wir das mal anschauen? Wir brauchen irgendein Ablenkmanöver oder sowas. Irgendjemand muss da raus. Sag mal, wenn du wieder volles Leben hast. Ja, ich geh da einfach raus, wenn ich volles Leben hab. Ja, warte, warte. Ich geh hier hinten rum und du gehst... Oh, 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 oh. Nee, geh wieder rein, geh wieder rein. Ja. Okay, ich geh dann da raus und du gehst schnell, ähm, zurück, ne? Und dann komm ich zu... Dann komm ich... Dann versuch ich... Okay? Bist du wieder vollleben? Ich bin schon wieder draußen. Oh, du Homo. Aber halt, ich noch nicht aus dem Nether. Ich versuch die Dinger zurück... Halt... Geh, 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 geh. Nee, nee. Doch, Alter. Sie sind abgelenkt. Nee, nee, die gehen auf mich. Ach so. Ja, einer ist kaputt, einer ist kaputt. Gib nur nach einer. Ja, ich bin schon wieder. Alter, ich muss hier irgendwie... Aber ich brenne, ich brenne. Ich hoffe, ich werde hier nicht... Ich werde hier nicht abgeschossen. Oh mein Gott, ich muss zu... Alter, ich muss hier setzen, ich muss hier setzen. Stell, schnell, schnell, schnell. Komm hier rein. Okay, ich bin raus, ich bin, ich bin raus. Aus dem Nether? Ja. Ja, ja. Ich noch nicht. Puh, das war eine lustige Geschichte. Gesch... Luchte, 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 luchte. Luchte, 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 luchte... der folgenden mein gott die muss dahinter die wirtschaft ist nicht auf mit den dinger was wir auf uns erschaffen es ist leider total ist kaputt die mussten nur anzünden aber ich gibt es ihnen dabei kein feuerzeug komm ich komm ich wieder rein ich habe ein feuerzeug er muss wieder reinkommen halt ich mache noch mal schnell mein Inventar hier wenn hier nicht so viel weiß er ist ich bin aber nicht so und Prozent 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 ich lasse hier vorhanden die Diamanten hier ja auf jeden Fall also so auf jeden Fall aus den Diamanten müssen die auf jeden jeden Fall müssen wir da dritt ein Zauberticht draus machen okay ich komme wieder ein ich bin wieder drin okay bist du ja und wo wir am Anfang waren äh ne direkt da runter komm komm her komm her hier hier schnell 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 Achtung der schießt egal das Ding ist schon wieder kaputt ne es müsste noch gehen fuck alter ich stirb ich brauche Wasser warte 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 ich muss kurz weg ich brauche Wasser ich bin tot ich brauche Wasser fuck ne ne oh 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 bitte bitte lieber Gott Alter oh bitte lieber Gott oh hässlich 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 oh manometer oh oh sorry Leute aber ich muss jetzt mich mich ein bisschen erholen und mein Leben meine Leben wieder äh regenerieren lassen ey oh man ey oh ich weiß nicht ich weiß nicht wie ich hier rauskomme so Lukas Lukas ja oh scheiße ja ähm Diggen wie heißt ich bin gestorben ne ich hab's gemerkt ich auch fast alter ich hatte noch also jetzt hast du meine Sachen eingesammelt ne 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 ich muss das selber abhauen ich hatte glaube ich nur noch ein halbes Herd oder ein Herd sogar ja das Problem ist du kannst ihm netter keine Ding setzen wie heißt ähm lalalala ja komm wieder rein ja ich komm jetzt direkt rein sammeln meine Sachen aus und dann direkt raus älter ok ja wir müssen die Aufnahme eh gleich mal beenden ok aber ich muss sind jetzt bei 12 Minuten ok dann hol ich mir noch schnell meine Sachen alter alter das weiß ja mal auch und schau dass du Pfein und Bogen vielleicht mitbringen kannst ne ich wir haben keine Bogen halt mein Bogen war auch dabei äh geht ok drei Faden das müsste gehen was ich bin raus ich bin raus hallo ich muss rein puh ja ich ich glaube ich bleibe jetzt raus ja du hast zwei Sattel ja habe ich ja gesagt sogar drei ja ok das ist geil dann können wir Pferde machen und drei Diamanten schau sie das ist elendig geil ja ich hoffe du verreckst jetzt nicht obwohl ich jetzt wahrscheinlich vermute dass du verreckst ich werde verrecken ich muss mein Pacht finden wo ich reingegangen bin ah ich brauche mein Zeug wieder ja ja ich wüsste wo ich mich reingegraben hätte weißt du das so und wir werden jetzt ähm nee das geht nicht man die Aufnahme beenden ok denn wir sind schon wieder bei 13 Minuten ich habe meine Sachen habe meine Sachen ok so ähm ich hole hier noch schnell mein Zeug raus und dann 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 ja ich lasse das mit mir ok ciao liebe Minecraft Freunde und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein tschüss tschau